Ahoi Leute! Schönen guten Morgen! Wir haben gute Schlafen mit unserem Staubsauger. Wir beginnen erst mal was essen. Wir haben schon wieder Hunger. Okay, von der Wende kann man auf jeden Fall von hier sehen. Und ja! Hm, echt schön, echt schön. Den packen wir weg. So. Hm. Ah, so. Hier haben wir gar keine... doch da. Nee, nur diese Treppen. Von denen haben wir keine Treppen? Haben wir jetzt eine Rampe? Nö. Schade. Also, ich mein, die Tanten von der Dingser haben auch. Fischgerät... Fischgrätendach, okay. Eine Viertel verstärkte Dreieckswand. Wahrscheinlich hier... Für... Dachbohnen. Also Halbbohnen. Hm, 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 hm. Das ist jetzt doof. Na gut. Na gut. Nehmen wir halt den. Echt jetzt? Snappst du da jetzt nicht ran? Och, kommt, Leute. Echt jetzt. Der snappt. Äh, echt jetzt? Machen wir es so. Denn... Ja, okay. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber okay. Denn... Ja, die. So. Okay, jetzt wird es auch gleich wieder lustig. Okay, jetzt wird es auch wieder lustig. So. Ah. Ich habe gerade geguckt, ob ich heute aufnehmen. Ähm, so. Ähm, jo. Gut. Dann da noch hin. Nein. So. Die noch weg. Nee. Ja. Okay, das ist nicht ganz so, wie ich es wollte. So. So. Nee. Da hin. Oh oh. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Hey. So. Hm. Okay. Das geht jetzt aber auch relativ langsam. Wo haben wir denn diese komischen Mülleimer mit diesen Teilen drin. Oh, jetzt rennt der schon wieder so langsam. Hier. Hier. Das ist durch. Das Ding ist viel besser. Ja. Das ist gut. Was. Pff. Ich habe es recht. Erstmal. So gehst du in normalen Spielen ganz normal hier bist du im Sprinten langsam gehen Sprinten Das war Kupfer, ne? Ja muss, dann geht's Oh Gott Ne da, oh Gott Jetzt zieht das erst nicht mehr durch So Dann Ne, noch hier so Okay Go again Und wir machen die Terrasse. Hier machen wir die Tür. Ja. Hier machen wir die Tür. Hier machen wir die Tür. Ich hätte gerne auch eine richtige Treppe. Ich würde das hier irgendwie ran. Dann dürfte es doch eigentlich gehen. Das war falsch. So. 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 Dann da. So. Jetzt. So. So. Dann jetzt wieder nicht. Einen können wir wieder machen. Den setzen wir dann hier. Dann können wir hier. Ja. ich hoffe mal dass das noch geblieben ist wow ich brauche Das war Glas jetzt, ne? Nö. Naja, okay, wir brauchen nochmal Metall. Die Autos sind mir zu blöd. Oh! Gute Kiste. Naja. So gut war die jetzt auch nicht. Moment, hier oben müssen wir noch was kriegen. Ja, klar, klar. Okay. Hui. Oh, was haben wir hier? Ja, okay. Nö. Dann wieder rup. Ah, leck mich. Oh ja, war das. Okay. Okay. Ach, Stress drauf. Ich nehme mir halt ein Auto mit. Tick, 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 Tick. So. Jetzt haben wir eins. Ja, 30. Sollte reichen für die ganzen Pfeiler. Da. So. Soll erst mal reichen. Soll erst mal reichen. Soll das gut liegen. Ja. Ja. gut. Auch gut. Auch gut. Nicht so gut. ernsthaft. Jetzt drehe ich nicht. Jetzt. Jetzt drehe ich nicht. Jetzt. Ähm. Ich glaube, die zwei müssen wir noch mal weg machen. Weil. Wie so eine Treppe hoch. Hm. Die ich eigentlich erst noch bauen kann. Die ich jetzt nicht bauen kann. Ja, gut. Was sonst. Nee, das geht nicht durch. Das tut nur weh. Ich will meinen Kompass wieder haben. Das stört mich total. Ich sollte eine Petition aufmachen. Dann können wir so machen. Okay. Und dann können wir hier nochmal was essen gehen. Bye. 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 Ah. Hä? Nein. Also manchmal ist es mit meiner Orientierung aber wirklich für den Arsch. Oh Gott, lauter mal schneller. Hey, für ne Nemo. Ich hoffe wir haben noch mehrere Gebäude, wo wir auch wirklich rein können. Okay, dann... Achtung. Ich habe das nicht gedreht. Jetzt drehe ich nicht. Achtung nicht. So. Und, okay. Ja, tu mich auch. Okay, hier müssen wir... Stopp. Doch. Den da weg. Ja, den können wir nicht ändern. Den da weg. Und den da. Ach so. Oh. Ja, ups. Ich bin ja weiter. Hey. So. Ja. 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 Ich bin jetzt erstmal... Wehe. Du spinnst mir jetzt wieder rum. Du spinnst mir jetzt wieder rum. Ja. 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 Das würde passen. Find ich hier nicht so. Ja, das hat noch Zeit. Ja. 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 Dann... Ja. Ja, hier ist auch ein Pfeiler. Das ist wieder so ein Ding, wo ich nicht drehen muss. Ja? 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 Natürlich nicht. Öff. Wacka. Äh, Moment. So, dann plützt jetzt sie. Boah, ein bisschen schwächer als sonst, aber... Jetzt hört man auch mit den Scheiß. Aber klar, wieder so ein Ding, wo man nicht drehen muss. Hier? Doch, müssen wir drehen. Alter. Jetzt hab ich gedreht. Und da kommt wieder so eine Ecke. Wieder. Gut. Das ist jetzt hier im hohen Bereich. Und hier bauen wir einen schönen Wintergarten rein. Öh. Das ist auch so. Ah, der Mond. Cool. Das ist cool. Okay. Ja, sonst geht das eigentlich. Das gefällt mir schon mal besser als das andere. Hier oben werden wir nochmal schauen. Wahrscheinlich, wenn wir hier... Was ist das? So die Korallen? Gut. Wahrscheinlich, wenn wir hier dann eher so ein Dach mäßig zu machen. Und hier so eine Wand. Damit es halt wirklich ein bisschen häuslicher aussieht. Cool. Äh. Wie sollte man auch noch los, ne? Was ist eigentlich, wenn wir jetzt schlafen gehen? Äh, ja. Wird gut. Ganz vergessen. Jetzt rennen wir mal. Okay. Geschaut. Äh. Okay. Erstmal haben wir. Doch. Erstmal haben wir. So. Gut. Wo seid ihr denn? Ähm. Hier ist nicht. Musik. Und der Rest? Ich höre noch Musik. Ich höre noch Musik. Das sieht schon hässlich aus. Das sieht schon hässlich aus. Das war's. Das war's. Das war echt häufig. Ich glaube nicht jeder Folge hat den ersten Angriff. kurz noch ein Rundgang. Aber Musik bleibt aus. Daher würde ich sagen, war das wieder eine kleine Mutanten im Grunde. Und wir haben unsere Ruhe. gut Leute. Dann würde ich sagen, war's das heute wieder? Morgen machen wir das Haus jetzt nochmal gerüstmäßig fertig. Und dann ziehen wir mal los und gucken uns die neuen Inseln mal genauer an. Vielleicht finden wir auch noch ein paar neue Möbelgegenstände. Ein paar neue Sachen soll es da geben. Und dann werden wir mal gucken. Also Leute. Macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao.